Das ist nicht viel, aber mehr brauchen sie auch nicht. Stell dir vor, die Natur hätte uns alles gegeben wie dem Wurm. Ich würde nicht gerne zu, dass ich in den Tröderladen gehöre, aber... keiner hat mich gefragt und es ist zu spät. Gott, war dieses T-Shirt nass. Steve, mach dir trockene Gedanken, verdammt nochmal, ja? Weißt du, das Problem ist, die Frauen wissen, dass wir diesen Drang haben. Sie selber haben ihn natürlich auch, aber sie zeigen ihn nicht, weil... das beweist, wie boshaft sie sind.